Willkommen zurück zu einer weiteren unfassbar guten Folge Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Ich bin der Dennis aka IDK Gaming for You und wir spielen zwei unvergleichliche Krieger. Legen natürlich wie immer direkt los, spielen dem Pfadzer Trennung, Träume und Koexistenz. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Also lasst mir gerne ein Like, ein Kommentar, ein kostenloses Abo da oder guck auch mal in die Videobeschreibung rein. Da findest du nämlich den Einladungslink zu meinem Discord-Server. Der Pfad der Trennung. Let's go! Ich weiß nicht, was ich hier in der Zeit gesprochen habe. Ja, ich dachte, dass ich das richtig schrecklich war, aber ich dachte, dass ich das richtig schrecklich war. Das ist ein Schrecklich. Ich habe keine Schrecklich zu sagen, dass ich das so schrecklich zu sagen habe. Aber ich bin wirklich ein Schrecklich zu machen, dass du wirklich ein Schrecklich zu machen war. Ich habe es nur ein kleines Schöne gemacht, was ich nicht mehr zu tun. Ja. Ich dachte, dass ich mich nicht so schlecht machen kann, aber... Ich habe es ein Schöne gemacht. Ich habe es auch so schrecklich gemacht. Deshalb ist es, dass ich hier mit dir hier bin. Das ist es. Das ist die Stadt der Haagakure. Für mich ist es, dass ich das Stadt zu retten habe. Für mich hat er das eine große Sache gemacht. Aber was hat er die Hockage-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin-Kurin? Was war das wirklich ein Zeug? Ich dachte, ich habe mich überraschend, aber... Was hat er gesagt? Ich bin sehr nett. Das ist das Glück. Du bist da an den Hohkage. Ich werde dich als die Mianse für die Kirchner des Chords beantwählen. Und als die Kirchner des Kirchneres, du bist auf diesem Geh geflügt. Warte. Das ist nicht meine Ich. Du bist nicht so wichtig. Ich würde dich nur bemerke, aber es ist gut. Das ist das Körste. Ich bin ein wenigstens, was ich? Ich bin ein wenigstens, was ich? Ich bin ein wenigstens, was ich. Ich denke, dass ich das mit der Hohkaage anwesende. Das ist nicht. Das ist alles, was für die Menschen zu verabschieden. Der Mann hat dich wählt. Du bist der Hohkaage. Das ist noch nicht. Das ist das Hohkaage. Das ist das Hohkaage anwesende Hohkaage. Das ist eine spezielle Hohkaage. Es gibt noch nicht nur die Liebe, die ich den Weg bekomme. Ich habe es gesagt, dass ich eine Art Schmutzung für eine Art Schmutzung will. Ich habe es gesagt, dass es ein Mensch, wie es der Leid, der Leid zu verletzen ist. Ich habe es gesagt, dass es ein Mensch, der Leid zu verletzen ist. Ich habe es gesagt, dass es ein Mensch, der Leid zu verletzen ist. Ich weiß nicht, was ich. Aber... Ich kann auch ein anderes Mal sagen. Hm? Okay. Ich weiß nicht, was ich zu sagen. Was ist das? Hachurama. Ich werde den Boden entfernen. Ich bin jetzt hier. Oh! Warum? Ich habe nicht jemandem an, der mich. Ich darf nicht sagen. Ich habe nicht jemandem. Es geht nicht, dann muss ich nicht mit dir geben. Ich muss mit dem Brotten auf der Seite von der Pohkage. Ich werde zusammen mit den Brotten confiance. Ich werde dann mit dem Brotten auf sich wohlurgence. Dann könnte ich ein vierer Pohkage sein. Ich werde dem Brotten auf der Mitte auf dem Brotten zu sein. Ich werde aber dann, dass es das Luz Gottes eine Mder unseres Mannes ist. Ich habe nichts zu tun. Ich habe die Sache verstanden. Ich habe nicht gewusst, dass ich nachdenken, die anderen anderen zu gehen habe. Aber ich habe nichts zu tun. Ich bin nachdenken. Ich habe eine andere Seite gesehen. Warte! Ich habe alles in Ordnung. Ich habe nur den Menschen, die Sie verabschieden. Ich habe die Wahrheit gesehen. Ich familie. Ich würde nicht mehr sagen, das ist ein bisschen besseres. Aber ich würde es sicher sicher sein, dass ich es sicher zu sehen. Hey! Hast du mich? Dass ich mich und Taito geschehen gehört, ist, dass ich nur die Sache. Ich bin noch nicht! Ich bin ein wirkliches Geist für meine Haare gekommen. Ich bin froh, dass du bei dir mit dir das Gespräch zu spielstern. Und genau so ist es ja dann auch damals passiert. So haben sie sich getrennt. Und Mada hat ja Traum mit Mangekyou tatsächlich wörtlich genommen. Mada greift an. Träume und Intrigen wirken die dunkle Nacht aus. Genau das sag ich auch immer. Und damit haben wir den Pfad der Trennung abgeschlossen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Und wir machen weiter beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.